Michael, wie schaut es aus, neue Folgen von Hubert und Stahler? Sind gedreht, werden bald gedreht? Wir drehen gerade. Wir sind kräftig dabei. Bis Anfang nächsten Jahres geht diese Staffel jetzt und es wird noch 90 Minuten gedreht, so wie es aussieht. Also es sind reichlich zu tun. 90 Minuten, ein Special? Aus welchem Anlass? Das wäre dann schon der dritte. Wir haben ja drei Stück insgesamt gemacht. Die wurden dann im Abendprogramm ausgestrahlt und später dann nochmal auf den anderen Sendern als Zweiteiler gezeigt. Du bist heute hier als Gast. Hättest du gerne mitgespielt in Maria Mafiosi? Das kann ich dir hinterher sagen. Es wird ja so als bayerisch-italienische Komödie, wo sich Polizei und Mafia und die Familien sozusagen treffen und in die Haare kriegen. Auf welcher Seite wärst du lieber? Der bayerische Polizist oder der italienische Mafiosi? Mir sind die Polizisten alle mal lieber. Tatsächlich. Ja, ich finde es ein harter Job und ich bin froh, dass jemand diesen Job macht. Also für Mafiosi habe ich überhaupt kein Verständnis. Okay, kommen wir noch einmal kurz zu Hubert und Stahler. Wie erklärst du dir den Erfolg von denen? Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir sehr eigen sind. Insgesamt. Und das mögen die Bayern. Das finde ich auch toll. Weil ich finde die Bayern auch sehr eigen. Du bist kein gebürtiger Bayer, sondern? Halb. Was heißt das? Ja, meine Mutter ist Bayerin und mein Vater war Sachse. Und wo bist du aufgewachsen? Also das Bayerische? In Augsburg kommt eigentlich, meine Mutter kommt aus Padmiss bei Aichach und ich bin aber sehr jung ins Ruhrgebiet abgewandert mit meiner Mutter und dann da groß geworden. Von daher habe ich nur die Gene. Verstehe. Aber du fühlst dich hier wohl? Ja, saubwohl. Abwärts die von